Beim Nekro haben wir keine so großen Änderungen, das heißt, den sollten wir relativ schnell abschließen können. Es gibt nur eine einzige Sache, die die Community ganz schön aufgeregt hat. Das hat für einen ganz schönen Shitstorm gesorgt. Allerdings war das meiner Meinung nach sowieso ein Bug. Also ich glaube, das war ein Bug und war gar nicht so intended von Arnett. Und das wurde halt jetzt einfach gefixt. Trotzdem hat es für ganz schön viel Aufregung gesorgt. Und das ist nämlich der Trait beim Reaper, nämlich Soul Eater, Seelenfresser. Werden Gegner innerhalb der Reichweite getroffen, wird ihnen erhöhter Schaden zugefügt, während ihr um einen Teil des zugefügten Schadens geheilt werdet. Das war vorher auch schon so. Daran wurde gar nichts geändert. Trotzdem, ihr seht hier, ein Teil des zugefügten Schadens werdet ihr geheilt. Und diese Heilung hat auch funktioniert, während man im Reaper Shroud war, im Schleier des Schnitters. Und eigentlich hat man ja, während man im Schleier des Schnitters ist, hat man ja als Lebenspunkte hier diese Lebenskraft und nicht seine normalen Lebenspunkte. Und trotzdem konnte man, während man in der Reaper Shroud war, konnte man damit seine normalen Lebenspunkte heilen. Und das ist doch sowas von klar, dass das nicht intended war, weil man kann ja auch keine normalen Heals und sowas abbekommen, solange man in der Reaper Shroud ist. Das heißt, man kann einfach für seine normalen Lebenspunkte nichts tun, während man in der Reaper Shroud war. Dieser Trait hat es aber trotzdem möglich gemacht. Und mir war das irgendwie von Anfang an klar, dass das ein Bug sein muss und dass das so nicht intended sein kann. Und das wurde jetzt halt auch geändert. Hier steht jetzt, während die Lebenskraft die Lebenspunkte ersetzt, wird keine Heilung mehr erteilt. Das heißt, man kriegt das jetzt nicht. Trotzdem, da hat sich die Negro-Community so extrem drüber aufgeregt. Da waren so viele Threads auf Reddit, dass das total die Scheißänderung ist. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach war das eh ein Bug. Und es war irgendwie klar, dass das früher oder später geändert wird. Na ja, trotzdem, wie gesagt, das war es eigentlich auch größtenteils. Wir haben noch ein paar Sachen. Es wurde noch ein bisschen was gebufft. Und zwar, wenn man Core-Nekro ist, da wurde im Prinzip der Todesschleier gebufft. Nämlich der Cooldown von besudelnde Fesseln wurde verringert. Der Cooldown von Lebensübertragung wurde geändert. Und auch hier im dunkler Pfad. Das war vorher ein Teleport zum Gegner. Das ist jetzt anders. Da wurde jetzt, glaube ich, auch der Cooldown, glaube ich. Genau, der Cooldown wurde verringert und alles. Und man schießt jetzt einfach so ein Projektil. Und man portet sich nicht mehr hin. Man kann sich aber, wenn man es nochmal benutzt, dann kann man sich hin porten. Dann wird allerdings der Cooldown länger. Also ihr seht, ich kann das jetzt machen und nochmal hin porten. Und dann seht ihr, dann hat man zwar einen längeren Cooldown, aber man muss sich nicht mehr hin porten, wenn man das nicht will. Man kann das auch einfach als Projektil benutzen, was man dem Gegner dahinter herschießt. Was natürlich eine coole Sache ist. Und vor allem, es macht jetzt auch AOE. Also vorher war es wirklich nur so, man hat einen Gegner anvisiert. Man hat dieses Projektil losgeschossen und man wurde dann hin teleportiert. Und hat dann halt diesem Gegner Schaden gemacht. Jetzt macht das AOE Schaden sozusagen. Was natürlich auch eine coole Sache ist. Und das gleiche haben übrigens auch die Unterwasserschroud-Fähigkeiten. Die kann ich euch jetzt nicht zeigen. Aber wenn ihr unter Wasser in der Schroud seid, hat das genau die gleichen Cooldown, Verringerungen und sowas bekommen. Das heißt sozusagen, die Core-Schroud jetzt hier wurde auch gebufft. Für alle, die in Core-Nekro spielen und nicht irgendwie in Reaper oder sowas. Für die ist das natürlich nicht schlecht. Trotzdem, mehr wurde eigentlich gar nicht groß geändert am Nekro. Und das war es schon. Also für die meisten, die meisten werden vermutlich eh kein Core-Nekro spielen. Wird nur diese Änderung hier mit Soul Eater einen Unterschied machen. Aber ganz ehrlich, so mega außergewöhnlich fand ich das jetzt nicht. Von daher, das war es eigentlich auch schon mit den Änderungen vom Nekro. Komisch, dass wir nicht wieder irgendwie höheren Damage-Modifier auf Axe-Skills bekommen haben oder sowas. Aber naja, dürfte am Nekro eigentlich so, wie er momentan ist, nichts groß ändern. Darum können wir direkt weiterkommen zum Ranger. So, schauen wir uns den Ranger an. Auch hier ein paar interessante Änderungen, ein paar Nerfs, ein paar Buffs. Gucken wir mal. Fangen wir an mit dem Langbogen. Hier wurden direkt zwei Sachen geändert. Nämlich auch hier, der hat sowohl auf dem Auto-Attack, dem Langdistanzschuss, als auch auf dem Kurzdistanzschuss, also dieses Wegpushen, hat er diese dynamische Skalierung bekommen. Hier steht zum Glück bei, wie rum das skaliert. Nämlich hier, je geringer die Distanz, desto weiter stößt er den Gegner zurück. Das heißt, nah dran stehen für maximale Skalierung. Hier steht dran, je weiter der Pfeil fliegt, desto größer der Schaden. Das heißt, weiter weg stehen für höhere skalierten Schaden. Trotzdem, beide skalieren jetzt halt dynamisch. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr feste Reichweitenwerte. Naja, außerdem auch noch Sperrfeuer. Hier wurde die Verkrüppelungsdauer verringert von anderthalb Sekunden auf eine Sekunde. Dafür aber wurde der Cooldown verringert von 30 Sekunden auf 20 Sekunden. Und ich muss gerade mal gucken. Genau, und auch noch der Schaden wurde um 25 Prozent erhöht. Das heißt, insgesamt doch eher ein Buff für das Sperrfeuer hier. Auch wenn man nicht mehr so viel Verkrüppeln macht wie vorher. Trotzdem, wie gesagt, 25 Prozent mehr Schaden und 10 Sekunden niedrigerer Cooldown. Das ist natürlich eine coole Sache. Dann haben wir jetzt allerdings ein Nerf. Und zwar für den Druiden auf dem Stab. Nämlich Stab 3, Anmut der Ahn. Werdet ein Öllicht aus natürlicher Energie, das sich zum anvisierten Ort begibt. Also einfach hier diesen Charge, den man da macht. Gab es schon immer. Wenn ihr das Ziel erreicht, haltet ihr Verbündete in der Nähe und gewährt eurem Tiergefährten Schutz. Okay. Und heilt ihr einen Verbündeten, verringert sich die Wiederaufladezeit. Das heißt, man kann hier eine Wiederaufladezeitverringerung von 5 Sekunden bekommen. Wenn man es schafft, mit diesem Skill auch einen Verbündeten, der nicht der Druide selbst ist, sondern ein anderer, zu heilen. Ich meine, man wird diesen Skill ja vermutlich sowieso fast immer nur benutzen, um einen Verbündeten zu heilen. Ich meine, klar, manchmal benutzt man den auch, um schneller vorwärts zu kommen oder sowas. Oder um durch irgendeinen AOE durchzukommen oder sowas. Aber meistens ja nur, um zu einem Verbündeten hinzukommen, um den zu heilen. Trotzdem ist das nicht ganz so cool, wie es sich anhört, denn dafür wurde der Cooldown erhöht. Der war vorher nämlich nur 18 Sekunden. Jetzt ist er 20. Das heißt, 2 Sekunden mehr. Trotzdem, wenn wir einen Verbündeten heilen, kriegen wir 5 Sekunden weniger. Das heißt, dann ist es auf 15. Das heißt, standardmäßig, wenn wir nichts treffen, 2 Sekunden mehr. Wenn wir was treffen, 3 Sekunden weniger. Also so eine Art Nerf-Buff. Trotzdem, und jetzt kommt das große Böse. Man weicht während der Zeit nicht mehr aus. Das kann spaßig werden. Bisher war das nämlich, wenn man rumgecharged ist. Für die Zeit, die man rumgecharged ist, ist man ausgewichen. Das heißt, man konnte damit einfach durch AOEs durch. Einfach, um von der einen Seite auf die andere Seite des AOEs zu kommen. Einfach durchchargen. Das geht jetzt nicht mehr. Man weicht jetzt hiermit nicht mehr aus. Auf. Man weicht nicht mehr auf. Und das kann für einige Busse echt interessant sein. Vor allem, wer es gewohnt. Stellt euch mal vor, Deimos. Bei Deimos werden ja immer diese schwarzen Felder abgelegt, wo kein Spieler reintreten darf, weil die sonst größer werden. Druide konnte damit bisher einfach durchchargen, weil das Ausweichen nicht als Auslösen dieses schwarzen Feldes zählte. Das heißt, man konnte da einfach durch. Tja, wenn Druide das jetzt versucht, macht er das schwarze Feld damit größer. Und das ist nicht der einzige Bus, wo es spaßig werden kann, wo Druiden bisher durch AOEs einfach durchgedocht sind damit. Jetzt kriegen die die ganze Zeit auf den Sack dabei. Das ist wirklich eine echt fiese Änderung, wo man auch wirklich echt viel verkacken kann für sich und sein Team, wenn man die Patchnotes nicht aufmerksam liest. Also, das ist wirklich interessant hier, was hier gemacht, ändert worden ist. Dann haben wir auch noch auf der 5 grandiose Umwandlung. Da muss ich ehrlich sagen, weiß ich gar nicht, was da geändert worden ist. Das steht zwar irgendwie in den Patchnotes, dass da was geändert worden ist. Und zwar, dass man jetzt ruft eine Energiebarriere herbei, die gegnerische Projektile beim Aufprall heilen lässt. Okay, gab es schon immer. Und verbündete die durch die Wand gehen erhalten Sägen. Und zwar 5 Sekunden lang Regeneration. Aber war das nicht schon immer so? Ich bin mir da echt nicht sicher. Aber ich meine, dass diese Funktion mit Regeneration kriegen, wenn man da durchläuft, das gab es halt vorher nicht auch schon. Ich bin mir da nicht sicher. Es steht auf jeden Fall in den Patchnotes aufgelistet. Und warum? Vielleicht ist da ja was Neues. Aber ich meine, das gab es vorher auch schon. Aber ich bin mir nicht sicher. Ist auch egal. Dann auch ein kleiner Nerf. Meiner Meinung nach auf dem Kriegshorn, nämlich Call of the Wild. Ruf der Wildnis. Und zwar, gewährt euch in nahen Verbündeten, Wut macht in Eile. Gab es schon immer. Die nächsten paar Angriffe eures Tiergefährten können nicht geblockt werden. Das war vorher auch schon so. Allerdings war es so, das war für 4 Sekunden lang an. Und für diese 4 Sekunden waren alle Angriffe, die gemacht wurden, sind unblockbar. Das heißt, man konnte 4 Sekunden lang einfach alles raushauen und es konnte nicht geblockt werden. Wenn man mit dem Tier verbunden war, natürlich auch man selbst. Jetzt wurde das geändert. Jetzt ist es zwar 5 Sekunden an, also eine Sekunde länger. Allerdings zählt es nur noch für 3 Attacken. Das heißt, nach 3 Attacken ist es zu Ende. Und meiner Meinung nach kriegt man in 4 Sekunden, die es vorher war, mehr als nur 3 Attacken rein. Das heißt, man konnte dieses unblockbare deutlich mehr für mehr Attacken benutzen, als man es jetzt kann. Weil jetzt zählt es wirklich nur noch für 3 Attacken. Und das gleiche dann natürlich auch bei diesem Trade hier. Beim Wechsel eures Tiergefährten wirkt der geringere Ruf der Wildnis. Da war das gleiche natürlich auch drauf. Jetzt ist es hier nur noch für 2 Attacken, wie ihr seht. Anstatt wie vorher für alle Attacken für 3 Sekunden. Also meiner Meinung nach sind das hier fiese Nerfs, die jetzt hier drin sind. Aber ist nun mal so. Müssen wir damit leben. Wurde eh nicht so mega oft aktiv benutzt, außer vielleicht jetzt in ein paar Fraktalen. Da wurde es hin und wieder mal benutzt, um beispielsweise irgendwen Block, irgendjemanden, der gerade Block zu breaken. Beispielsweise ein klassisches Beispiel dafür wäre im Taumanova-Fraktal der Schleim. Der macht ja hin und wieder mal diesen Block an. Und manche Gruppenstrategien haben halt darauf basiert, dass man wartet, dass der blockt. Und dann sich einfach irgendein Spieler unblockbar macht und den einfach breakt. Wenn man die breakbar bricht, während der blockt, dann hört er sofort auf zu blocken. Dann ist sein Skill, sein Block auf Cooldown. Und man kann ihn einfach wegbursten. Das geht jetzt nicht mehr so einfach. Also man muss jetzt wirklich dann überlegen, welche drei Skills nutze ich dann auch wirklich. Und hoffentlich mache ich, wenn ich das anmache, nicht gerade irgendwelche Auto-Attacks und verballere damit aus Versehen diese drei Attacken, die ich da theoretisch habe, die unblockbar sind. Naja. Dann haben wir auch noch Frost Trap. Hier bei der Frostfalle wurde der Schaden um 100% erhöht im PvE. Das heißt, die macht jetzt deutlich mehr Schaden, diese Frostfalle. Die wurden auch die Pulse, die gemacht werden, erhöht von vier Pulse auf fünf Pulse. Allerdings ist die Chill-Duration, die war vorher, also wie lange Kühle drauf ist, war drei Sekunden, jetzt nur noch zwei. Trotzdem eigentlich nicht schlecht. Im PvP und WVW wurde aus Versehen, außerdem meine ich auch, der Schaden verringert, den man im Bestien-Modus macht. Weil wenn man Fass benutzt und damit der Tiergefährte 40% mehr Schaden macht und man ist mit dem verbunden, dann macht man selber natürlich auch diese 40% mehr Schaden. Ihr seht, das ist jetzt da auch zweimal aufgelistet. Trotzdem steht da zweimal genau das Gleiche. Das ist, weil es im PvE noch genauso ist. Im PvP wurde es allerdings von 40% auf 25% verringert. Im PvP auch, weil es da wohl zu stark war. Das heißt, da dürften dann diese beiden Symbole, die da angezeigt werden, einmal mit diesem verbundenen Soulbeast-Symbol und einmal das normale Ranger-Symbol, dürften da unterschiedliche Sachen anzeigen. Naja, was haben wir sonst außerdem auch noch? Light on your feet, das war in Gefechtsbeherrschung, das war der hier. Auch den hatten einige Builds drin, vor allem die Condi-Soulbeasts hatten den zum Beispiel drin, schnell und unerbitterlich, dass die Zustände länger anhalten und mehr Schaden machen, wenn man ausweicht. Das wurde größtenteils in der Rotation eigentlich nur ganz am Anfang benutzt, dass man am Anfang, wenn man die Rotation startet, zweimal dodged und diesen Buff aufzubauen. Der wurde jetzt ein kleines bisschen gebufft, denn man kriegt jetzt diesen Buff hier, den kriegt man nicht nur, wenn man ausweicht, sondern auch, wenn man Waffenskills benutzt zum Ausweichen. Und zwar beim Kurzbogen, den, ähm, ist der hier, oder? Der Schnellschuss, genau, der Schnellschuss vom Kurzbogen, also der Dreierskill, gut, den hat man eigentlich eh nicht in der Rotation benutzt. Aber sollte man den jetzt mal situationsbedingt benutzen, um wirklich im Gegner auszuweichen, einer Attacke auszuweichen, dann löst auch dieser Schnellschuss hier, löst auch Light on your Feet aus. Schnell und unerbitterlich. Steht jetzt nämlich auch dabei, euer Schaden, eurer Zustandsschaden werden nach dem Ausweichen oder dem Einsatz von Schnellschuss erhöht. Das heißt, das ist jetzt noch zusätzlich da mit drin. Was haben wir auch noch im Twice as Vicious? Das ist doppelt so scheußlich, das ist auch richtig guter Buff, meiner Meinung nach. Doppelt so scheußlich, ein Gegner kampfunfähig zu machen, erhöht für kurze Zeit euren Schaden und Zustandsschaden. 5% mehr Schaden, 5% mehr Zustandsschaden war vorher auch schon. Allerdings war dieser Buff nur für 4 Sekunden an. Jetzt für 6 Sekunden, äh, für 10, äh, für 10 Sekunden, also 6 Sekunden länger. Das ist anderthalbmal so viel, äh, wie vorher. Also es ist richtig cool, dass man das jetzt hier 10 Sekunden lang hat, anstatt nur 4. Das heißt, man kann jetzt auch viel mehr wirklich aus diesem Skill hier rausholen und den wirklich nutzen. Und ich meine, Gegner kampfunfähig machen, macht man ja immer mal wieder. Beispielsweise, indem man die Großschwert 5 auf dem Power Soul Beast benutzt. Damit macht man einen Gegner ja benommen, beziehungsweise Betäubung. Und das zählt ja als kampfunfähig. Das heißt, man löst das hier auch regelmäßig aus. Oder auch beispielsweise mit dem Fahrt der Narben, wo man einen Gegner ranzieht. Das dürfte dafür auch zählen. Und dann kriegt man halt hier 10 Sekunden lang das. Was natürlich cool ist. Naja, und, ähm, das war's auch eigentlich schon. Ähm, wir hätten hier noch Unstoppable Force. Das war vorher auch so, dass es, ähm, unblockbar gemacht hat. Jetzt entfernt das einfach nur noch bewegungseinschränkende Zustände. Aber im Meta-Bild war das ja eigentlich eh nicht drin, dieser, aber, dieser Trade. Aber nur der Vollständigkeit halber. Und das war's auch eigentlich schon mit dem Ranger. Wie gesagt, paar interessante Änderungen. Paar nicht so coole. Vor allem das mit dem Stab. Da freue ich mich schon drauf, wie viele, äh, Druiden das verchecken werden. Dass sie damit nicht mehr ausweichen. Aber ist auch egal. Wir kommen zum Revenant. Bei dem Reverend Revenant gab's natürlich auch ein paar Änderungen. Und zwar gucken wir mal. Einmal bei Shiro. Gehen wir mal auf Shiro. Und zwar unmögliche Aussichten. Das war ja im Prinzip ein, im Prinzip der Skill, den man in jedem Bild, äh, wo man mit Shiro spielt, den man einfach immer benutzt, der hat vorher, solange man den anhatte, hat der Superspeed gegeben. Jetzt gibt er eine, ähm, eine Erhöhung der Geschwindigkeit um 50 Prozent. Also ähnlich, wie es auch schon beim, ähm, bei Mesma war. Der hat ja auch Superspeed weggenommen bekommen. Und dafür eine 66-prozentige Erhöhung. Ups, da ist gerade irgendwas in der Küche umgefallen. Nicht so schlimm. Ähm, 66-prozentige Erhöhung Movement Speed bekommen. Der hier bekommt jetzt nur 50 Prozent. Also nicht ganz so gut, wie bei es bei Mesma ist. Aber letztendlich ist es auch nicht so schlimm. Klar, hin und wieder hat man mal im Kampf einfach unmögliche Aussichten anmachen können, um schnell einfach irgendwo hinrennen zu können mit Superspeed. Jetzt ist es nur ein Movement Speed Increase von 50 Prozent. Das ist nicht ganz so toll. Aber, ja, besser als nichts. Ist aber jetzt auch kein mega großer, böser Nerf. Naja, dann haben wir was, das Wort bei Verwüstung. Also es gibt ja auch diesen, ein Condi-Bild, ähm, ein Condi-Renegade-Bild, wo man mit Verwüstung spielt, damit man hier Präsenz des Assassinen an seine Verbündeten wieder verteilen kann. Hier wurde zum Beispiel konzentrierter Lebensentzug gebufft. Und zwar zapft bei einem Treffer an verbundbaren Gegnern Leben ab. Das heißt, man kriegt hier selbst Heilung durch, ähm, durch das Leben, äh, durch das Abzapfen. Und man macht dem Gegner aber auch Schaden. Und wie das skaliert, ähm, wie das, ähm, mit Power skaliert, das wurde um 400 Prozent erhöht. Sowohl die Heilung, wie es mit Heilung skaliert, als auch der Schaden mit Power wurde im PvE aber nur um 400 Prozent erhöht, was natürlich eine coole Sache ist. Hier an diesem Trade wurde auch noch was geändert, den hatte man eh nicht drin. Vor allem ist hier auch die Anzeige falsch, ähm, nämlich eigentlich sollte die Macht, die man hier durchbekommt, die Machtdauer, sollte nicht zehn Sekunden, sondern fünf Sekunden sein. Also es wurde von zehn Sekunden auf fünf Sekunden genervt. Trotzdem steht hier in der Beschreibung immer noch zehn Sekunden, keine Ahnung. Also haben sie vielleicht einfach vergessen zu ändern, in den Patch-Notes steht es aber so drin. Das war es auch eigentlich mit Verwüstung. Normalerweise im Standardbild spielt man ja mit Beschwörung. Dann auch eine interessante Sache, und das finde ich jetzt auch noch, das macht eigentlich alles noch verwirrender, mit dieser dynamischen Skalierung, und zwar auf dem Autotech vom Speer. Der skaliert jetzt auch, Speer ist natürlich unter Wasserwaffe wieder, also genauso wie beim Wächter auch schon. Der skaliert jetzt auch dynamisch, und zwar wie viel Pein man macht, beziehungsweise wie lange die Pein an ist. Und vorher war es hier so, genau andersrum. Jetzt steht hier, je näher der Gegner euch ist, desto höher ist die Dauer der Pein. Also je näher wir sind, desto mehr Pein macht man. Früher war es anders, als es noch nicht dynamisch skaliert ist, sondern mit bestimmten Reichweitenabständen war es genau andersrum. Da hat man nämlich mehr Pein gemacht, je weiter man vom Gegner weg war. Das heißt, die haben jetzt hier in diesem Fall nicht nur diese Skalierung reingebracht, die haben die Skalierung auch noch umgedreht, als es früher war. Da muss man auch erstmal drauf kommen und das erstmal checken. Kann man natürlich auch nur checken, wenn man die Patch-Notes liest. Ist aber trotzdem echt interessant und kleine und geheime Änderungen hier irgendwie überall drin. Naja, machen wir weiter mit Color. Hier ein kleiner Buff. Und zwar, wenn wir den normalen Conju Renegade gespielt haben und wir haben mit Color gespielt, benutzt man ja sowohl Kling Klaus Raja als auch Eisklinges Ingrim. Und bei Eisklinges Ingrim wurde der Schaden um 30% erhöht, was natürlich auch eine richtig coole Sache ist. Das heißt, das ist schön. Trotzdem dafür jetzt aber ein kleiner Nerf auf Malix. Und zwar, ihr seht auch, ich habe meine, gut wird wahrscheinlich niemand von euch wissen, wie ich meine Skills angeordnet hatte in meinem normalen, in meinem Conju Renegade Bild, was ich letztens noch gezeigt habe. Aber da hatte ich hier diesen Skill, hatte ich in der Mitte, weil ich auf die 8 komme ich ziemlich gut dran. Das habe ich nämlich auf Shift-F, also wenn ich Shift-F drücke, mache ich den 8er Skill. Und weil man ruft zur Qual, hat man ja früher ganz normal in der Rotation benutzt. Das macht man jetzt nicht mehr, da der jetzt keine Zustände mehr macht, so wie er es früher noch gemacht hat. Vorher, ich kann gerade mal gucken, hat er ja genau, hat er nämlich zusätzlich dazu, dass er Kühle gemacht hat, hat er auch Torment gemacht, also Pine. Nein, das wurde jetzt komplett weggemacht, dass es Pine macht. Es ist jetzt auch kein Dunkelfeld mehr, so wie es früher war, sondern man springt jetzt nur noch irgendwo hin und zieht Gegner zusammen. Das Zusammenziehen am Landepunkt, das ist ungefähr genauso wie, als ob ihr mit einem Raptor in eine Gruppe Gegner reinspringt. Das ist natürlich cool, einfach so als Utility, wenn man jetzt im Open World irgendwie unterwegs ist, um Gegner nochmal zusätzlich zusammenzuziehen, das macht man jetzt. Aber dadurch, dass man kein Torment mehr macht und somit jetzt auch keine Zustände mehr, keine schadensverursachten Zustände, ist dieser Skill natürlich komplett aus der DPS-Rota rausgefallen. Das heißt, den benutzt man jetzt gar nicht mehr und wenn man jetzt nochmal irgendwas benutzt, um einfach ein bisschen energielos zu werden, dann macht man lieber hier Verzauberungsbannung, denn das macht wenigstens noch Konfusion. Darum habe ich das jetzt auch auf der Acht. Aber auch das ist eigentlich in der Rotation nicht drin, da die Rotation jetzt so angepasst worden ist, dass man auch so die Energie alle kriegt, selbst wenn man gar keine Skills benutzt. Außerdem auch dunkle Umarmung wurde jetzt auch angepasst. Früher hat das alle Werte um 10% erhöht. Das heißt, wenn man hier auf Werte gegangen ist, auf Attribute, hat es die Attribute um 10% erhöht. Das wurde jetzt auch komplett entfernt. Da steht zwar noch drin, wenn ihr das mal lest da, das ist der zweite Satz, erhöht alle Attribute und sendet Wellen von Pine auf Gegner in der Nähe aus. Allerdings erhöht das die Attribute nicht mehr und wenn wir es auf Englisch stellen, dann seht ihr, dann steht da auch überhaupt gar nichts mehr mit Attributen erhöhen, sondern einfach nur Pulse, Torment, Turnier by Foes. Das heißt auch hier, wer die Patchnotes nicht liest, denkt, es erhöht immer noch die Attribute, stimmt aber gar nicht mehr. Dafür kriegt man jetzt aber auch mehr Torment als vorher. Also sozusagen das mit den Attributen wurde genervt, dafür kriegt man jetzt aber mehr Torment als es früher noch der Fall war. Und das ist natürlich gut. Und jetzt wurde sozusagen die Rotation so weit angepasst, das kann ich euch einfach mal zeigen, wenn man halt auf Color wechselt. Man wechselt jetzt sozusagen einfach auf Malix und man macht sofort den Elite-Skill an. Einfach sofort anmachen. Wir haben ja hier wegen diesem Trade, es geht jetzt natürlich hier über ein normales Patchnotes-Video hinaus, aber da ich ja letztens erst ein Condi Renegade-Video gemacht habe mit der Rotation, will ich euch jetzt nur schnell zeigen, wie man das jetzt anpasst. Also auf Color ist alles gleich geblieben. Man hat ja hier durch diesen Trade hier startet man ja in Malix dann immer mit 75 Energie, weil man wechselt ja immer unter 10 Energie, das heißt die nächste Legende hat 25 Energie mehr, das heißt man 75. Man macht einfach von Anfang an, macht man den Elite an auf Malix, macht dann erst den Zweier auf dem Streitkolben und wechselt dann erst auf den Kurzbogen. Das kann ich euch mal zeigen, ich muss jetzt hier einmal die Energie alle machen, dass die halt auf unter 10 ist. So, und jetzt wechseln, sofort Elite anmachen, dann den Zweier-Skill, dann wechseln 4, 4, 3. Und jetzt seht ihr, jetzt ist die Elite die ganze Zeit an und wir spammen einfach die ganze Zeit die 2 und wenn die dann, gut, ich hätte mir jetzt Buffs geben sollen, das war natürlich blöd, aber wenn die hier vom Cooldown kommen, dann seht ihr, dann können wir einfach wieder wechseln und wir kommen auf unter 10 Energie. Also sozusagen, die Rotation ist jetzt viel einfacher, als es vorher noch der Fall war, da muss ich natürlich ein kleines bisschen dran gewöhnen, aber einfach, wie gesagt, sobald ihr auf Malix wechselt, direkt als allererstes, noch bevor ihr die Skills seht, sofort den Elite-Skill anmachen, das seht ihr, das geht auch sofort. Dann den Zweier-Skill noch auf dem Streitkolben und dann erst wechseln und dann die normale Rotation auf Kurzbogen, wie man sie kennt und dann einfach warten, bis man ein zweites Mal die 4 und die 3 machen kann und dann passt es auch genau mit der Energie. Und ihr müsst sonst gar keine Utility-Skills benutzen, das heißt, die Rotation ist so gesehen viel einfacher geworden, da wir gar keine Utilities mehr benutzen müssen, wie früher noch. Darum ändert sich auch ein bisschen was an den Trades, eben auch wenn die Trades selbst nicht geändert worden sind, vorher war es ja so, das wisst ihr vielleicht noch, hier einmal erhaltet Widerstand, wenn ihr eine legendäre Dämon-Fertigkeit einsetzt, dadurch, dass wir halt immer beim Widerruf zur Qual benutzt haben, zählte das halt und darum haben wir Widerstand bekommen. Und da hatten wir gleichzeitig dann diesen Trade drin, wahnwitzige Hartnäckigkeit, greift an, wenn ihr Widerstand erhaltet und fügt euch selbst und Gegner in der Nähe Pein zu. Das heißt, man hat sich sozusagen mit diesem Trade hier selbst Widerstand gegeben, indem man Dämon-Utilities benutzt hat und hier hat man dann immer, wenn man Widerstand bekommen hat, hat man Pein auf den Gegner gemacht. Dadurch, dass wir jetzt aber gar keine Utility-Skills mehr in der dämonischen Form benutzen, bringt das natürlich gar nichts, hier das zu benutzen, dass man dann Widerstand kriegt. Gut, wir machen so gesehen, machen wir den Elite an, aber ich meine gehört zu haben, dass man den sogar so schnell anmacht, dass der Trade zum Teil gar nicht richtig triggert und das Spiel das gar nicht richtig realisiert, dass wir gerade einen Skill in der Dämonen-Form machen. Und wie gesagt, das ist ja auch in der kompletten Zeit, wo wir in der Dämonen-Form sind, ist das nur ein einziges Mal, ein einziger Skill. Darum lohnt sich das nicht mehr, darum wird man jetzt vermutlich immer mit Giftsteigerung spielen. Und dann, wenn wir keine Quelle haben, wo wir an Widerstand kommen können, können wir dann natürlich auch Diabolisches Inferno benutzen, nämlich verbrennt in der Nähe befindliche Gegner, weil wir nutzen eine Elite-Fertigkeit. Das nutzen wir mindestens hin und wieder mal, zwar auch nicht extrem viel, aber wir machen hin und wieder mal Brennen. Das heißt, die Traits sind jetzt so, sollten wir allerdings aus irgendeiner anderen Quelle trotzdem regelmäßig Widerstand bekommen, beispielsweise indem man in einer Raid-Gruppe einen Boon-Deep dabei hat. Das ist ja beispielsweise bei Mursat, Ovasir und auch bei Matthias, spielen ja mittlerweile richtig viele Gruppen, spielen ja mit einem Boon-Deep, der verteilt regelmäßig Widerstand. Dann könnt ihr natürlich auch wieder hier wahnwitzige Hartnäckigkeit reinmachen. Dann gebt ihr euch den Widerstand zwar nicht selbst, aber ihr kriegt den trotzdem hin und wieder und könnt dann trotzdem die ganze Zeit Pein an den Gegner verteilen. Das heißt, hier müsst ihr jetzt selber entscheiden, wie ist euer Team aufgebaut, wo kriege ich Widerstand her und dann halt entweder wahnwitzige Hartnäckigkeit oder Diabolisches Inferno. Aber das war es auch schon und das war es auch an der Rotation, also nicht so schwer. Aber generell Rotation-technisch, da wird vermutlich, wenn ihr jetzt noch ungefähr bis nächste Woche ungefähr wartet, dann wird auch die Lucky Noobs-Seite geupdatet sein. Da sollten dann auch die aktuellsten Rotations für alle Klassen dann auch drin sein. Naja, und das war es eigentlich auch gerade schon für den Renegade. Es gibt noch ein paar kleinere Änderungen, die größtenteils nicht so mega wichtig sind. Beispielsweise auf dem Schwert-Nebenhand-Todesschlag. Das hat vorher auch noch Chill und Slow gemacht, macht es jetzt nicht mehr. Das heißt, da wurden die Zustände komplett entfernt. Und es gibt noch so ein paar andere Sachen, gerade in Herald, also wer Herold spielt und mit der auch der Drachenform beispielsweise, ich weiß gerade gar nicht, wo es ist. Das hier glaube ich genau, Elementar-Entladung. Da wurde beispielsweise der Cooldown von 12 Sekunden auf 10 Sekunden verringert. Und auch bei ein paar Trades wurde was geändert. Zum Beispiel hier der Einsatz einer Verbrauchungsfertigkeit, heilt euch, da war vorher ein interner Cooldown drauf. Der wurde jetzt beispielsweise komplett entfernt. Naja, das soll es aber auch erstmal zum Revenant gewesen sein. Kommen wir zum Dieb. So, der Dieb ist auch sehr, sehr interessant, denn der hat glaube ich von allen Klassen die außergewöhnlichsten Änderungen bekommen, die gleichzeitig aber auch den wenigsten Einfluss auf die Meta-Bills im PvE haben. Also, es ändert sich im Prinzip fürs PvE, ändert sich beim Dieb überhaupt nichts. Trotzdem hat er richtig viele große und interessante Änderungen bekommen. Gucken wir uns die aber gleich mal an. Der hat nämlich eine komplett neue Utility-Skill-Kategorie bekommen mit vier komplett neuen Skills, die es vorher noch niemals gab. Und dafür wurden vier alte Skills komplett entfernt. Also richtig krass. Gucken wir uns aber gleich an. Fangen wir trotzdem oben an mit Daggerstorm. Nämlich im PvE-Wort bei Daggerstorm der Schaden um 33% erhöht. Ist natürlich nicht schlecht. War nicht im Meta-Bild drin. Hat man nur selten und gar nicht so oft benutzt. Aber trotzdem für die Situation, wo man es mal reingemacht hat, vielleicht vor allem auch in Open World PvE, wo oft mal Gegner viele um einen rumstehen, jetzt 33% mehr Schaden machen. Ist natürlich nicht verkehrt. In Raids hat man natürlich immer entweder Buzzy Gift genommen, wenn man breaken musste oder sonst für DPS. Die Diebesgilde. Naja, dann haben wir auch noch Smokescreen. Auch das ist interessant. Hat halt vorher diese Nebelwand gemacht. Einfach so eine kleine Wand, die von links nach rechts ging, die im Projektilio zerstört hat und Gegner geblendet hat. Jetzt ist es ein Kreis. Und zwar richtig groß. Also guckt euch das mal an, wenn ich das jetzt benutze. Was für ein Riesengebiet das ist. Und dieses komplette Gebiet, das ist nicht nur die Wand außen, sondern solange sich ein Gegner innerhalb dieses Kreises befindet, wird er geblendet. Also man kann jetzt in einem richtig großen Gebiet richtig viele Gegner blenden. Ich kann euch das mal zeigen. Ich beschwör den einfach mal und ich stelle mich jetzt neben den. Und dann seht ihr, der wird die ganze Zeit geblendet. Also das komplette Gebiet hier zählt als Projektilzerstörung und Blendegebiet. Das ist ein richtig krasser Buff für diesen Skill. Wer den vorher benutzt hat, der wird sich jetzt natürlich freuen, dass das ein richtig krasses Gebiet ist. Und vor allem, da es ein Rauchfeld ist, kann man natürlich auch reinblasten. Das heißt, ich kann das benutzen. Ja, hat wieder gut geklappt mit dem Cooldown Resetten. Das heißt, ich kann auch reinblasten, um mich unsichtbar zu machen. Und auch das war natürlich vorher, wenn man in einem Team unterwegs ist, ein bisschen schwierig. Da die Teammates, wenn die ihre Blasts gemacht haben, natürlich auch die Nebelwand, diese kleine, treffen mussten. Jetzt ist es bei diesem Nebelring im Prinzip fast unmöglich, da seine Blasts daneben zu hauen. Also auch ein richtig cooler Buff für diesen Skill, wenn man den mal benutzt hat. Sonst haben wir auch noch Infiltrators, Sigil, Siegel des Infiltrators. Gut, das Wort jetzt nicht so oft benutzt. Oh, es heißt Signet auf Englisch, fällt mir gerade ein. Wird jetzt hauptsächlich, wenn dann, nur passiv benutzt. Hat allerdings auch aktiv einen Schattenschritt gemacht. Der war vorher 900 Reichweite, jetzt ist es 1200. Also ein Buff sozusagen für den Schattenschritt, den man mit diesem Siegel machen kann. Wird aber, wie gesagt, nur selten mal benutzt. Vor allem im PvE, im PvP, glaube ich, oder WVW öfter mal. Trotzdem cooler Buff. Im PvE würde mir jetzt nur eine Stelle einfallen, wo ich das zum Beispiel oft benutzt habe. Und zwar im Zwielichtgarten. Das stammt noch aus den uralten Dungeon-Zeiten, wo noch Dungeons gespeedrunnt wurden, sind. Richtig tryhard. Da gab es eine Stelle in einem Pfad, da musste der Dieb total schnell weit vorrushen. Das war so ein längerer Tunnel. Und dieser Tunnel war voll mit diesen Giftblüten. Und von der anderen Seite des Tunnels kamen hunderte so kleiner Farnhunde auf einen zugerannt, die einen angreifen wollten. Und wenn man da durchgerusht ist durch diesen Tunnel und ganz schnell nach vorne, dann konnte man schon mal ein Gespräch auslösen für einen Boss. Weil bis man den Boss angreifen konnte, wurde erst mal Ewigkeiten geredet und gelabert. Und der Dieb, der konnte sozusagen mit ganz vielen Schattenschritten, mit Siegelsinfiltrators, mit Schattenschritt und dem F1 und so. Und was man so alles hat, um sich schnell nach vorne zu porten. Weil, wie gesagt, dieser ganze Gang voller Gegner war und dieser kleinen Blüten, konnte der sich ganz schnell mit einmal, mit allen Skills komplett durchrushen damit. Ganz von Schattenschritt von einem zum anderen und so schon mal dieses Gespräch auslösen. Sodass, wenn der Rest des Teams ankommt, dass dann der Bosskampf sofort losgeht. Und das war zum Beispiel so eine Szene, so eine Stelle, wo ich immer dieses Siegel des Infiltrators benutzt habe. Aber das ist so eine extrem seltene Nischensituation. Ja, meistens hat man es halt nicht benutzt, aber trotzdem ist es natürlich nicht schlecht, dass es hier gebufft worden ist. Naja, jetzt kommen wir aber zu den interessanten Sachen. Und zwar, es wurden vom Dieb Fallen komplett entfernt. Es gibt keine Fallen mehr. Ihr seht, keine Fallen. Es gibt nichts mehr. Die Fallen haben sie komplett rausgenommen. Und dafür gibt es jetzt komplett neue Sachen, die Vorbereitungen heißen. Das sind alle Skills, die legt man auf den Boden. Die werden sozusagen vorbereitet. Und dann hat man drei Sekunden Zeit. Und dann kann man den Skill zünden. Wenn man das vorbereitet, legt das ein ganz großes Feld auf den Boden. Und dann kann man es nach drei Sekunden zünden. Und die sind zwar jetzt gar nicht so toll, außer dass jetzt der Dieb ein Portal hat. Der Dieb hat ein fucking Portal. Also ich meine, wie krass ist das denn? Das Portal können sogar andere Leute benutzen. Das ist zwar gecappt im PVE auf fünf Leute. Also es können auch fünf Leute da durch. Und man kann es auch nur in eine Richtung benutzen. Man kann damit nicht wieder zurück. Aber trotzdem, wenn man da durchgeht, ist man danach unsichtbar. Und ein Dieb hat ein Portal. Das muss man sich echt mal reinfahren. Wir gucken uns die mal an. Die sind insgesamt nicht so außergewöhnlich. Allerdings haben die saukoole Animationen. Darum will ich die euch mal auch alle zeigen. Ich nehme die mal alle rein. Dann sehen wir auch mal, wie die aussehen. Als Erste ist hier im Fallgrube. Hier haben sie es extra auf Englisch. Auf Deutsch haben sie es nochmal Falle vorbereiten genannt. Wie gesagt, Fallen wurden jetzt entfernt. Vielleicht so eine kleine Nostalgie, dass hier trotzdem noch so gesehen eine Falle da ist. Im Englischen ist es nicht so. Da heißt der Skill nämlich Pitfall und hat nichts mehr mit Traps zu tun. Naja, Falle vorbereiten, also markiert das Ziel, bla bla bla. Und dann Fallgrube entfesselt eure Fallgrube in dem Gebiet, die Gegner zu Boden wirft und konstant Schaden über sie anrichtet. Über Zeit anrichtet. Also ihr seht, drei Sekunden laufen. Danach liegt die Falle auf dem Boden. Großes Gebiet. Und dann kann man sie halt nochmal zünden. Und dann seht ihr, zack, alle Gegner werden hingeworfen und kriegen Schaden über Zeit. Und es sah saukool aus irgendwie, oder? Also da haben sie sich richtig Mühe gegeben, finde ich, mit diesen Animationen. Das sind eine der coolsten Animationen, die es im Spiel gibt. Dann haben wir als nächstes 1000 Nadeln entfesselt. Ein Hagel aus Nadeln. Die Gegner bei Treffern immobilisieren und den Boden vergiften und Zustände über Zeit verursachen. Das heißt, immobilisieren, Gift, Blutung und Verkrüppeln. Machen wir mal. Zack, da kommen die Dinger, die halt dieses Gebiet verseuchen sozusagen und Schaden machen. Dann haben wir Portal. Okay, Schattenportal legt halt ein Portal. Wir müssen das erstmal legen. Das ist sozusagen der Ausgang. Das, was man legt, ist der Ausgang. Da muss man irgendwo hinrennen und dann kann man es zünden und dann seht ihr, dann geht es los. So sieht es aus. Dann kann man da durchgehen und danach ist man auch komplett unsichtbar. Man kann es aber nicht zurücknehmen, sondern man kann nur in eine Richtung sozusagen durchgehen. Aber auch Verbündete können das nehmen. Trotzdem, hier hat Arnet ein bisschen was verkackt. Normalerweise bei Portalen wird ja immer angezeigt, wie lange das noch an ist und wie viele Leute noch durchgehen können. Das haben sie hier, glaube ich, komplett vergessen. Ich kann gerade mal gucken. Man legt das hin. Und jetzt mache ich es auf und dann seht ihr, wir kriegen nicht irgendwie einen Buff, wo wir noch sehen, wie viele Leute können noch durch unser Portal oder wie lange ist das Portal noch an. Das ist ja normalerweise bei Portalen, ist das ja so. Hat Arnet hier einfach vergessen. Holen sie vielleicht noch nach. Und dann haben wir als letztes noch Gebiet abriegeln. Er schafft einen Bereich, der Projektile blockt und Gegner darin hindert, ihn zu betreten oder zu verlassen. Ups, das war der falsche Skill. Den wollte ich eigentlich nicht machen, sorry. Den hier muss ich machen. Gebiet abriegeln, also zerstört Projektile für 8 Sekunden. Das ist richtig lange an. Also blockt Projektile und fängt Gegner, macht eine ziemlich große Kuppel, wie ihr seht. Und jetzt hier werden alle Projektile zerstört. Und kein Gegner kann rein, kein Gegner kann raus für 8 Sekunden lang. Also auch, der ist eigentlich ganz cool, der Skill. Naja, sieht alles ziemlich cool aus. Machen wir den nochmal, weil wir eh gerade gelegt haben. Sehr schön. Das also zu den Vorbereitungen. Trotzdem, es gibt keine Trades, die irgendwas mit diesen Vorbereitungen zu tun haben. Ich meine, wenn man es mal andersrum sieht. Vorher die Fallen. Die Fallen gibt es ja jetzt nicht mehr. Vorher gab es Trades, die was mit Fallen gemacht haben. Jetzt hat Arnet aber gesagt, wir entfernen alle Trades, die was mit Fallen zu tun haben. Die kriegen neue Boni, die man dadurch kriegen kann. Allerdings kriegen die Preparations, also die Vorbereitungen, nichts. Also die haben keine Trades. Die sind laut Arnet so gebalanced, dass die so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Selbst ohne, dass man da Trades für hat. Also die sind sozusagen ohne Trades gebalanced. Die sollen so sein und die sollen auch nicht noch weiter angepasst werden. Jetzt müssen wir uns natürlich gucken, welche Trades wurden alle geändert. Nämlich einmal haben wir hier Trappers Respite. Da weiß ich gerade gar nicht genau. Das waren auf jeden Fall alles Trap-Dinger. Das war einmal hier. Das hat jetzt was Neues, nämlich tödliche Ambitionen. Fügt Gift zu, während ihr einen Gegner trefft. Und erhaltet erhöhten Zustandsschaden. Das heißt, für ein Condi-Build ziemlich gut. Hier ist jetzt auf einmal Gift drauf. Das wurde weggenommen von dem hier oben, von Dagger-Training, Dolchausbildung. Und zwar erhaltet Bonuskraft, die sich erhöht, wenn ihr einen Dolch führt. Das war vorher auch schon so. Allerdings hat es halt vorher auch noch, glaube ich, Gift verursacht. Dieses Gift wird, wie gesagt, jetzt hier komplett entfernt. Ist jetzt hier unten in dem Trade drin, dass man Gift macht. Und erhöht, wie gesagt, auch noch den Zustandsschaden. Vorher war hier ein Fallen-Trade drin. Genauso wie hier oben. Hier war auch vorher ein Fallen-Trade. Aber keine Ahnung, was der gemacht hat. Jetzt haben wir auf jeden Fall für Gleichgewicht sorgen. Fügt beim Stehlen Verwundbarkeit zu und erhaltet Macht, wenn ihr mit einem Tarnangriff trefft. Fünf Macht für zehn Sekunden und beim Stehlen auch nochmal fünf Verwundbarkeit. Wie gesagt, der Trade ist neu. Und was haben wir sonst noch? Boah, ich habe gerade so einen Frosch im Hals. Sorry, Leute. Wir haben ja auch noch in Betrugskunst, genau hier oben, geringe Krähenfüße. Die wurden normalerweise gemacht, wenn man ausweicht. Also wenn man eine Ausweichrolle gemacht hat, hat man diese geringen Krähenfüße verstreut. Das ist jetzt gleichzeitig bei Sturzschaden auch noch. Also hier ist sozusagen der Sturzschaden-Trade. Zusammen jetzt mit diesem Ausweichen-Trade, dass man Krähenfüße macht, ist jetzt hier alles in einem. Naja. Und was haben wir sonst noch? Genau. Und dann haben wir noch in Shadow Arts, also Schattenkünste. Das wurde komplett... Wo haben wir es denn? Da, Schattenkünste. Das wurde komplett reworked. Also da müsst ihr auch mal selber reingucken. Ihr seht auch, die haben... Die sehen auch von den Symbolen anders was. Die haben neue Symbole bekommen. Im Prinzip wurde die komplette Tradeline wurde verändert. Keine Ahnung warum. Aber die beschäftigt sich halt hauptsächlich so was mit Tarnung. Also Tarnung stärker machen, Tarnung erhöhen, mehr Boni, wenn man in Tarnung ist oder irgendwie solche Sachen. Und hier wurde aber so gut wie alles erhöht. Da das jetzt allerdings in keinem Meta-Bild drin war und ich wirklich keine Ahnung habe, welche Trades hier vorher drin waren, ist es jetzt natürlich auch Quatsch, hier alle durchzugehen und versuchen zu vergleichen, weil ich gar keine Ahnung habe. Also nur, damit ihr wisst, Shadow Arts Wort komplett überarbeitet, müsst ihr euch, wenn euch das interessiert, einfach mal selbst Trade für Trade durchlesen, was da jetzt alles drin ist. Wie gesagt, ich habe da selber keine Ahnung von. Kann euch da also nicht viel helfen. Die interessanten Sachen habe ich euch aber gesagt. Und das war es dann auch eigentlich mit dem Dieb. Und dann können wir zur letzten Klasse kommen, nämlich dem Krieger. Nein, Leute, halt zurückspulen bitte einmal. Wir sind wieder beim Dieb. Nämlich, ihr habt noch was vergessen. Das steht nämlich nicht einfach so in den normalen Patch-Notes mit drin, sondern es war nur so eine Art Zusatzhinweis, der später rausgefunden worden ist. Es gibt nämlich noch eine Änderung an einem Trade, nämlich hier an enthülltes Training. Das war bisher so, das hat, wenn man enthüllt war, also aus der Unsichtbarkeit angegriffen hat, und man war enthüllt, dann hat das 200 Kraft gegeben. Jetzt gibt das einfach so, erhaltet Kraft, also Basiskraft plus 80. Man kriegt jetzt also 80 Kraft immer. Das heißt, selbst wenn man ein Bild spielt, wie zum Beispiel den Stab der Devil, wo man sich gar nicht unsichtbar macht, kriegt man jetzt mit diesem Trade trotzdem 80 Kraft. Und aber zusätzlich Kraft, wenn man enthüllt ist, 120. Das heißt, insgesamt an diesen 200 Kraft, wenn man enthüllt ist, hat sich gar nichts geändert. Aber wenn man generell irgendein Bild spielt, kriegt man trotzdem immerhin noch 80 Kraft. Das heißt, selbst im normalen Stab der Devil-Bild wird das jetzt vermutlich der Trade sein, den man haben will. Das wollte ich nur nochmal schnell nachbringen, sozusagen nachholen. Und jetzt können wir aber zum Krieger kommen, hoffe ich. So, letzte Klasse der Krieger. Der hat eigentlich nur eine Änderung bekommen, oder eine interessante Änderung, wo ich überhaupt gar nicht verstehe, was das soll und warum das gemacht worden ist. Aber werden wir gleich mal sehen. Fangen wir trotzdem einfach oben an. Nehme ich einmal Wild Blow. Das ist ja so, dass die Ragefertigkeiten, das ist ja mittlerweile so, dass diese Ragefertigkeiten, wenn man die benutzt, dass die den Berserker-Modus, also wie lange man im Berserker-Modus drinbleibt, dass die die Dauer erhöhen. Und das wurde jetzt nochmal gebufft. Und zwar der wilde Stoß erhöht die Dauer von 3 auf 4 Sekunden. Und der Shattering Blow, der zerschmetternde Stoß, erhöht die Dauer von 2 auf 3 Sekunden. Und das ist natürlich, beides sind das gute Buffs. Ist natürlich sehr, sehr schön. Dann haben wir auch das Typische wieder bei der Unterwasserwaffe. Nämlich, was hier, was der, sehr genau, der Seemannschuss auf der Harpunenschleuder. Auch der jetzt hier skaliert wieder dynamisch, wie wir schon bei den ganzen anderen Skills hatten. Und hier steht zum Glück auch bei, je weiter der Schuss geht, desto mehr Schaden richtet ihr an. Das heißt, je weiter man weg ist, desto mehr Schaden macht man. Da ist das so. Zum Glück steht es auch diesmal hier dabei. Jetzt kommen wir aber zu einer interessanten Sache, die ich überhaupt nicht verstehe. Und zwar Kopfstoß, betäubt euer Ziel und betäubt euch selbst. War schon immer so. Erhaltet Adrenalin und verlängerte Berserker-Zustandsdauer. Blablabla. Wenn ihr euer Angriff den Gegner trifft. Okay, war auch schon immer so. Und dann jetzt, da kommt das Neue. Diese Fertigkeit entfernt jegliche Stabilität und fügt nach Entfernung der Stabilität erhöhten Schaden zu. Das heißt, es entfernt komplett alle Stabi. Egal wie viel Stabi ihr habt. Wenn ihr 100 Stacks Stabi hättet, wären die 100 Stacks Stabi danach weg. Hört sich jetzt erstmal gar nicht so schlimm an. Hauptsache, man kriegt hier durch Shattering Blow einen Stabi und kann den Headbutt in den Gegner machen. Das Problem ist, es entfernt erst Stabi und dann kommt erst der Self-Stun. Das heißt, egal wie viel Stabi ihr habt, wenn ihr einen Headbutt benutzt, werdet ihr definitiv selbst betäubt. Weil erst die Stabi entfernt wird und dann kommt erst der Selbst-Stun. Das kann ich euch auch mal zeigen. Gut, wenn Stabi entfernt wird, macht dafür der Kopfstoß 50% mehr Schaden, als wenn wir keinen Stabi entfernt würden. Aber ich kann es euch mal zeigen. Ich benutze jetzt mal Stabi und danach sofort Headbutt und zack, ich bin gestunnt. Also man kann diesen Selbst-Stun von Kopfstoß kann man nicht mehr umgehen. Was richtig blöd ist. Und check ich auch gar nicht, was das soll. Ich meine, wenn das alles Stabi entfernen würde, okay, dann hat man halt nach Headbutt kein Stabi mehr. Dann wäre es trotzdem Nerv für diesen Skill. Aber wenn wenigstens noch den ein Stabi dafür, den man hat, benutzt wird, beziehungsweise, dass die Stabi erst nach dem Selbst-Stun entfernt werden würde, wäre es ja noch in Ordnung. Dann könnte man wenigstens trotzdem mit einem Stabi den Selbst-Stun umgehen und hätte danach aber trotzdem keinen Stabi mehr. Es wäre trotzdem Nerv. Weil wenn danach noch irgendwelche Skills von einem Gegner kommen, wo man halt gerne Stabi hätte, dann hat man es halt nicht mehr. Das heißt, das hätte auch gereicht, meiner Meinung nach. Aber gut, man kann den Selbst-Stun von Headbutt nicht mehr umgehen. Und das bedeutet, dass jetzt in einigen Builds oder vermutlich in allen Builds, vermutlich der Headbutt aus dem Build rausfällt. Ich habe jetzt schon die ersten von unserer Gilde, die ersten paar Rotation-Videos gesehen, gerade für einen Power-Berserker. Und da wird beispielsweise einfach mit Kampfstandarte gespielt. Oder einfach irgendein anderen Skill, aber halt einfach nicht mehr Kopfstoß. Gut, das ist dann für den Anfang des Kampfes ist das natürlich blöd, weil man am Anfang des Kampfes natürlich erstmal ein bisschen braucht, um überhaupt erstmal sein Adrenalin aufzubauen, um erstmal überhaupt in den Berserker-Modus reinzukommen. Weil das war ja sozusagen einer der Hauptgründe, warum man Headbutt benutzt hat. Klar, in einigen Builds war es auch da, um ein bisschen Schaden zu machen, ein bisschen mehr Brennen und sowas. Ist natürlich nicht verkehrt, aber es war nicht so mega wichtig. Weil wenn die Rotation erst einmal läuft, dann kriegt man eh immer schnell genug das Adrenalin aufgebaut, um permanent immer wieder in den Berserker-Modus zu gehen. Aber gerade am Anfang des Kampfes braucht es halt ein bisschen. Und das wird halt jetzt dann einfach so sein in Zukunft, wenn der Headbutt eventuell aus der Rotation rausfällt. Weil die eine Sekunde Selbstbetäubung ist halt auch richtig scheiße. Eine Sekunde lang nichts machen, eine Sekunde lang auf DPS verzichten, geht halt auch gar nicht klar irgendwie. Da rum. Naja, das haben wir sonst noch. Dann haben wir einmal 4 Mi. Wo ist es? Da. Genau. Auch da fürchtet mich skaliert jetzt auch dynamisch. Vorher war es auf Reichweitenabständen. Jetzt ist es dynamisch. Aber auch hier haben sie wieder vergessen, zu erwähnen, wie rum das skaliert. Hier steht nur, die Furchtdauer erhöht sich abhängig von eurer Entfernung zum Gegner. Könnte man jetzt so interpretieren, je weiter ich weg bin, desto höher die Furchtdauer. Aber nein, es ist genau andersrum. So wie es vorher auch schon war, je näher man am Gegner ist, desto höher ist die Furchtdauer. Steht aber leider nicht dabei, liebes Arnett. Naja. Was haben wir sonst noch? Rampage. Gut, das ist eine ganz gute Änderung. Hat 120 Sekunden Cooldown jetzt in allen Modi. Und vor allem, es gibt keine Bonus-Zähigkeit mehr. Sondern jetzt eine Schadensreduzierung. Vorher gab es, glaube ich, eine Schadensreduzierung von 25%. Und aber auch noch Bonus-Zähigkeit. Was gerade für Bosse, die eine Tank-Mechanik, die mit Zähigkeit skaliert war, richtig blöd war. Weil da musste man natürlich vorher immer checken, dass der Tank, in den meisten Fällen der Chrono, genug Zähigkeit hat, dass wenn der Krieger in Rampage geht, dass der nicht auf einmal die Aggro zieht. Und der dann auf einmal der neue Tank ist. Das wird jetzt also entfernt, die Zähigkeit. Dafür wird die Schadensreduzierung von 25% auf 50% erhöht. Was natürlich auch insgesamt ein Buff sein dürfte, gegenüber das mit der Zähigkeit. Naja. Dann haben wir noch, hier letzte Feuersbrunst. Hier wurde der Brennen erhöht. Und zwar das Standardbrennen. Ich gucke gerade mal, wo haben wir es? Genau, das Standardbrennen von 3 Sekunden auf 4 Sekunden. Also eine Sekunde länger. Beziehungsweise dann natürlich, wenn man 100% Zustandsdauer hat, was man ja idealerweise in einem Conny-Bild haben sollte, dann sogar 2 Sekunden länger brennen. Das ist natürlich eine coole Sache. Dann haben wir hier oben Blutgebrüll hatten auch einige Builds drin, gerade Power Builds. Im Berserker-Modus fügt der erhöhten Schaden zu 20%. Das war vorher auch schon so. Allerdings skaliert das jetzt multiplikativ und nicht additiv. Das heißt, das sollte jetzt zusammen mit anderen Damage-Modifiants insgesamt mehr Damage sozusagen machen. Und dann haben wir noch King of Fires, dass wenn man eine Feueraura explodieren lässt, dass sie Brennen verursacht. Das war vorher auch schon so. Aber es macht jetzt auch noch Schaden an sich, glaube ich. Also man macht jetzt sowohl einfach so Detonationsschaden als auch Brennen. Vorher war es nur Brennen. Also hier ein paar gute Buffs. Insgesamt gab es also für den Krieger eigentlich fast nur Buffs hier überall drin. Außer das mit dem Headbutt. Da muss man jetzt mal gucken, wie man um diese Mechanik drumherum spielt. Man könnte natürlich jetzt auch sagen, ich spiele mit Outrage. Äh, nee, das war falsch. Wo hier ist es? Mit Empörung. Und ich breche mich immer automatisch sofort, weil das hebt ja Betäubung auf. Das heißt, ich kann natürlich jetzt hier an den Gegner gehen und sofort die Betäubung brechen. Zack. Und dann kann ich sofort spielen. Also könnte man natürlich auch machen. Aber ich vermute fast, dass es drauf hinauslaufen wird, dass man einfach kein Headbutt mehr spielt. Weiß ich noch nicht genau. Wird sich dann zeigen. Wie gesagt, ab nächster Woche dürfen dann auch die ganzen Rotations auf unserer Lucky Noob-Seite sein. Das war's für den Krieger. Und das war's auch insgesamt für diesen Patch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin schon auf eure Kommentare gespannt und was ihr von diesen ganzen Änderungen haltet. Ich sag jetzt ja erstmal Tschüss und wir sehen uns die Tage wieder. Ciao, Leute.